... wenn es stimmt mit den Leuten, mit denen ich spiele. Das heißt... Hör zu, Christian. Bei deiner Untersuchung sind wir auf gewisse Anomalien gestoßen. Das CT hat... Das heißt? Das heißt, dass ich dich hier behalten muss. Aber mir ist doch nur ein bisschen schwindelig und die Kopfschmerzen... Ich denke, dass es in den nächsten ein bis zwei Tagen schlimmer wird. Schlimmer? Du wirst sehr starke Kopfschmerzen bekommen. Und dich oft übergeben. Ich werde was? Das ist doch ein Scherz, oder? Christian. Du hast einen Tumor im Gehirn. Ich kann... Ich meine... Es ist der Ernst. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Das war's für heute.